In wenigen Tagen startet die diesjährige Staffel von Promi Big Brother und auch der Cast der beliebten TV-Show scheint sich immer mehr zu kompletieren. Auch wenn Sat.1 die offizielle Kandidaten-Liste erst kurz vor Beginn der Sendung bekannt geben will, werden immer mehr Promis in der Reihe der potenziellen Bewohner genannt. Nach den jüngsten Spekulationen über den Einzug von Bert Schiller-Finalistin Michelle Gwurzts, schient jetzt die nächste Bekanntheit festzustehen. Spieler Frau Ina Aogo, 32, soll dabei sein. Laut den aktuellsten Bild-Informationen soll Ina Aogo unter den neuen TV-Container-Bewohnern sein. Stimmen die Gerüchte über die Teilnahme der 32-Jährigen, dann könnte sie bald Investor-Prominent der Gesellschaft sein. Denn nicht nur die Go-Bei-Deutschland, auswanderer Danny Büchner, 43, und moderater Jörg Dreger, 75, sondern auch Bachelor in Paradise, Star-Rafirachek, 31, sollen mit von der Partie sein. Ebenfalls hoch im Kurs als mögliche Kandidaten gelten TV, Sternchen Melanie Mülle, 33, und Fernseh, Hellseher Philipp Steele, 33. Ob die Gerüchte Küche am Ende recht behält, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Fest steht aber schon mal, sollte Ina dabei sein, wird es garantiert kein leichtes, so lange von ihrem Mann Dennis Aogo und ihren beiden kleinen Kindern getrennt zu sein. Und was glaubt ihr, zieht die Spielerfrau demnächst in den TV-Knast. Tipps für Promiflash? Einfach e-mailen, tips-at-promiflash.de Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020